Willkommen in der Sendung, Sie sind dran, Herr Hauss. Oh ja. Jetzt, Herr Hauss, Entschuldigung, mein Bildschirm ist ein bisschen zickig, aber jetzt haben wir uns. Herr Hauss, also nochmal. Willkommen in der Sendung, Sie sind dran. Schönen guten Tag. Es geht darum, dass die neue Chefin der Capital Police Frau Pittman heißt, seit Donnerstag. Das heißt, dort hat man den Chef ausgewechselt. 2.000 Mann Capital Police waren nicht an Ort und Stelle. Man hat gesehen, vielleicht zwei Dutzend in der Größenordnung. Es war die National Guard, war nicht an Ort und Stelle. Die Stadtpolizei war nicht an Ort und Stelle. Und Meister Trump, den ich nun wahrhaftig nicht schätze, der müsste ja ein Zauberkünstler sein, wenn er diese drei völlig unterschiedlichen Institutionen von oben herab so dermaßen hätte beeinflussen können, dass die Demonstranten eingelassen hätten. Dieser Vorwurf ist Trump auch nicht gemacht worden und wird auch nicht gemacht. Er wäre ja irrsinnig. Wenn es aber nicht Trump war, dann frage ich, wer hat die Capital Police zurückgehalten? Wer hat das Kapitol offen gemacht für die Idioten, die dorthin gelaufen sind, für diese Provokateure? Das muss jemand gewesen sein, der ein Interesse daran hat, dass jetzt im Augenblick die republikanischen bzw. die demokratischen Institutionen, wie die Redefreiheit zum Beispiel, in den USA kaputt gemacht werden. Herr Hauss, danke für Ihre, wie ich finde, sehr gute Analyse. Und die Frage war zugespitzt. Wer kann es gewesen sein, wer hat ein Interesse daran und wer traut sich hier eine Antwort zu? Ich kann gerne was dazu sagen. Ich könnte es versuchen. Die Frage ist entscheidend, richtig. Aber ich würde mit der Schlussfolgerung, weil etwas schiefgelaufen ist, muss jemand ein Interesse daran gehabt haben. Also man sollte nicht zu Verschwörungstheorien greifen, wenn simple Inkompetenz auch als Erklärung genügt. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem, dass niemand hat das so richtig kommen sehen wollen. Man hätte es kommen sehen müssen, weil die Lage angespannt war und es Ankündigungen gab. Aber auch Nancy Pelosi, die ja die Hausherrin ist des Kapitols und der Capital Police, die hätte eigentlich sagen müssen, heute höchste Alarmbereitschaft, möglicherweise brauchen wir noch Hilfe von außen. Und die hätte das organisieren müssen. Und das Letzte nur, Trump hat schon versucht, den Einsatz der National Guard zu verhindern. Er hat denen nicht zugestimmt, sondern erst als es die Demokraten getan haben, ist die National Guard in Aktion getreten und hat das Parlament zu spät geschützt. Ja, wir haben keine Diskussion an dieser Stelle, immer nur Q&A, Frage und Antwort. Trotzdem, weil es so wichtig ist, Frau Brandt, Sie hatten auch Luft geholt. Haben Sie eine andere Einschätzung oder Ergänzungen? Die Ergänzung ist die, dass wir natürlich in Washington, in dieser kleinen Stadt, die wenig Rechte hat und ja auch kein Bundesstaat ist, man die Probleme des Föderalismus natürlich auch gut sehen kann. Also es gibt ein tiefes Misstrauen der örtlichen Polizei von Bürgermeisterin Muriel Bowser gegenüber diesen föderalen Kräften. Donald Trump hat die ja im Sommer aktiviert und damit großen Schaden angerichtet. Und das sollte genau verhindert werden. Die National Guard sollte sich zurückhalten, sie sollte eben nicht waffenstarrend da stehen. Es war der Versuch, es irgendwie zu deeskalieren. Aber natürlich, es gab genügend Hinweise darauf, dass da was Großes sich anbahnen würde. Wenn wir Journalisten das schon irgendwie gemerkt haben, dann mussten es die Ermittlungsbehörden oder die Polizei erst recht wissen. Dankeschön. Gruß nach March zu Herrn Haus. Danke, schön. Danke, schön. Bis zum nächsten Mal.